Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Mir ist aufgefallen, dass die letzten zwei Parts schon wieder ein kleines bisschen... Also die waren nicht flüssig, das rückt schon wieder irgendwie und ich weiß nicht wieso. Ich habe nichts verändert, außer dass OBS ein Update hatte. Ich habe aber extra die Einstellungen kontrolliert, die haben sich nicht geändert. Das verstehe ich nicht ganz. Warum? You got a bullet coming. Ha. Beruhig dich. Oh, wir haben kein... Das war der letzte Schuss. Mann. Ich hoffe, es laggt jetzt dann nicht mehr so. Das ist schon echt nervend. Immer glauben sie, sie können einen überfallen. Und wundern sie sich, warum sie von euch den Kopf verlieren. Zu viert, Leute. Da müsst ihr schon ein bisschen mehr sein. Und keiner von euch hat Flintenmunition. Das ist ja überhaupt das Ärgste. Okay, danke, Frau. Verfallen wir unsere Munition. Oh, warte, doch. Wir haben zwei bekommen. Gut. Immerhin. Ah, nein, 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 nein. Nein! Nein! Sie laufen weg. Okay, das sind aber hier nichts. So was, Schuss. Wir haben nämlich im letzten Parten einen Talisman bekommen, der dafür sorgen sollte, dass die Horde, die wir bekommen, besser ist. Leider macht jetzt nicht das einen Zwei-Stern-Hasen, einen Drei-Stern-Hasen. So läuft das leider nicht. Also man muss auch schon, schon noch Tiere mit perfekten Fell auch finden. Nicht so, dass das Fell besser wird. Es senkt wohl nur die Wahrscheinlichkeit, dass es schlechter wird. Aber ich frage, ob das heißt, wir können einfach draufballern und müssen jetzt keinen Hedgehot mehr machen oder so. Man sieht die Hasen halt auch immer so spät, ne? Weil die halt so klein sind. Den, den, den müssen wir... Da ist einer dabei. Shit. Shit, den brauchen wir. Nur nicht die Spawnern. Schön leise, schön leise. Schön leise. Es war ein Hase mit perfekten Fell. Shit, da war gerade einer. Die sind... Das Gras hier ist einfach so hoch, dass man sie einfach nicht sieht. Ja, toll, jetzt rennt der mit seiner scheiß Kutsche vorbei, schreckt er es wieder auf. Und es waren auch zwei Hasen, also weiß ich jetzt nicht, welcher von den beiden da richtige ist. Das hat sich was bewegt. Da sind leider keine Kernen von denen mehr. Aber man kann sich schon richtig nah an die Rane schleichen. Das ist aber nicht... Das ist der Falsche offensichtlich. Achso, wir haben ja sonst keine Waffe mit. Interessiert ihn gar nichts. So, wäre interessant. Ist der jetzt runtergegangen? Nee, er ist immer noch zwei Stern. Das heißt, wir müssen dann scheinbar nicht mehr unbedingt mehr einen Headshot machen, auch wenn es wahrscheinlich besser ist. Oh, wir sind schon wieder voll. Wir müssen uns pflanzen. Ah, wieder eine Schafgabe. Okay. Okay. Nichts zu sehen. Keine Hasen, kein gar nichts. Also, die Hasenjagd ist schon echt, echt mühsam. Und dass das die erste Herausforderung ist, finde ich schon heftig. Kann man hoffen, dass die erste die schwierigste ist. Weil, ganz ehrlich, das ist ja nicht normal. Ich meine, wenn es irgendwie Hirsche oder Wölfe oder irgendwas gewesen wäre, oder ein Bär von mir aus, ja, irgendwas, wo man sagt, okay, ist halt schwer zu jagen, prinzipiell ist schon mal schwer zu jagen. Ja, was anderes. Aber nee, es geht ja um Hasen, die, was man einfach nicht sieht. Siehst du einfach nicht rechtzeitig. Ah, da drin ist jetzt unser Lager scheinbar. Können wir gleich mal schauen, ob wir da irgendwas verbessern können. Können wir wohl fischen gehen? Geht's hier irgendwo? Da ist die Lagerkasse. Geld haben wir, ja? Ja, ich habe Gegenstände. Ah, jetzt habe ich mal in irgendwas. Nein. Geld spenden. Das wäre vielleicht auch ein bisschen too much. Ah, da habt's. 400. Bitteschön. Kontrollbuch. Okay, das ist aber noch alles, das ist alles erhalten geblieben. Das ist natürlich gut. Boot. Okay, ein Boot gibt es dann zu kaufen. Okay. Okay, das ist wohl unser nächstes Ziel dann. Was wir theoretisch schon machen könnten. Aber um mehr Geld zu haben, werden wir erstmal dann einen kleinen Raubzug machen. Sean, my boy. Ja. 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 So, tell me, is your people, eh, Jacobites or English lovers, are there? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old wolf bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes. They hate the Redskins, the Jews. Even us Irish. Heh. You ain't so free of politics. I hate everyone, just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I drive around a couple of days back. I come across this old cabin, a couple of fuckers lazing about outside, all liquor up. I didn't think nothing of it. Then, I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle he did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. We saw three of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Heh heh. Damn sons of bitches. Think they're mean? They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, you hear me? And then, what's going on? Follow me. Nothing going on. Easy. Easy. How far is this place? It's a bit of a ride. Not too bad. Back up north to stretch. Not far from the state line. Alright. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around. Ich schaue ihn an. Ich schaue ihn an. Ich habe eine lange Nose für diese Dinge. Schau, Dutch ist immer bereit, uns zu gehen und bringen Geld, nicht wahr? Und rechtlich so. Ich bin wie ein paar anderen da hinten. Ich sitze, warte, um zu sagen. Ich gehe nach ihm. Ich sehe, dass du hier sitzend bist. Ich meine, ich brauche keinen Konflikt als die anderen. Dutch weiß mein Wert für die cause. Das ist von dem Moment, ich kenn ihn. Du hast versucht ihn zu töten, wenn ich die Geschichte richtig remember. Und er hat mich herum, nicht? Er sah etwas in mir, er sagt so viel. Ich bin sicher. Dutch ist gut an sehen, wenn man Dinge sieht. Und während wir sprechen, über das Mann, du bist klar, wie das funktioniert. Wir haben eine halbe. Die andere halte geht nach der Familie. Dutch hält uns alle unsere saveen hidden. In einem safe spot außerhalb der Camp. Ja, ja, ich weiß. Wie viele Male hast du mir gesagt? Was ist das? 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 In der Fall, du wissen das? Ich sage, dass du nicht viel in das hast. Ich schaue mich immer. Nichts, was du? Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass du das Haus ausprobiert hast. Ja, duhst? Das ist das, was ich wollte dir für das. Du bist noch ein Däuter. Ich bin nur ein Däuter. Ich bin nur ein Däuter. Ich bin nur ein Däuter. Ich habe eine lebende, Frau. 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 Und du sicher nicht, dass du es in der Mitte steckt hast? Du hast auch in der Blackwater geflogen, nicht wahr? Das war ein Chaos. Du hast mit Mack verletzt, nicht wahr? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe die Leute verloren, wenn er aus der Stadt rauskommt. Sie haben mit Mack gewonnen, ein paar Tage später. Davey war es fertig, als wir auf die Bühne sind. Jenny hat es nicht so weit gemacht. Du bist. Die Bühne-Hunteren haben mich aufgerissen. Ich habe mich aufgerissen, mich aufgerissen, und meine Füße. Ich habe keine Worte über nichts gesagt. Ich versuche es. Gut. Und es ist es Zeit, die Leute zu stoppen, dass die Dutcher ein schwerer Zeit über all das Blackwater-Business, wenn du mir fragst. Der Mann ist nicht ein Fortunter. Du kannst planen, du kannst mit deinem Kopf verwenden. Aber du wirst nicht wirklich wissen, was du bist. Ja. Die Leute immer wollen jemanden, wenn die Dinge falsch sind. Wie weit ist es jetzt? Nicht zu viel für sie. All right. All right. That left away. We're nearly there. Hard left coming up. All right. It's gonna be off the road up ahead. Hm. Wo genau soll das denn sein? Ich meine, wir waren ja in der Gegend schon. Up here, Morgan. Du meinst jetzt aber nicht irgendwie so eine kleine Hütte, oder? So ein Knusperhäuschen. Ich würde jetzt aufhören, dass da zu viel zu holen sein wird. nicht so ein Knusperhäuschen. Wir lassen uns das Haarchen hier und auf die Rest vom Boden. Ich will sie nicht, wenn sie kommen würden. Hier. Wenn wir die mit dem Geld machen, lass uns sicher, dass wir ein einer von ihnen live bleiben lassen. Sie sagten uns, wo sie die Geld verdienen. Ich hoffe, du weißt, was du bist. Pass auf, da ist ein Vogel. Naja, wir sind vorbeigeritten vielleicht. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass in der Hütte jetzt allzu viel zu holen ist, oder? Wenn ich jetzt nicht so ganz aufpassen, muss ich ehrlich sagen, was er vorher gesagt hat zu dem. Wenn der gemeint hat, dass es hier... Ich hoffe, du weißt, was du tust. Dunkel war es, der Mond schien heller. Das war ja richtig intelligent von dir. Soll ich auch können. Wir haben noch mehr kommen aus der Hütte. Wenn du hier mit deinen Hütten gehst, dann schau mal an. Wenn du hier mit deinen Hütten gehst, dann schau mal an. Wenn du hier mit deinen Hütten gehst, dann sagst du mir, dass du das Geld hast. Der Hausbesitzer hat dir zum Dank ein Versteck verraten. Zum Dank? Was, du lasst ihn gehen? Okay. Das hätte ich nicht gemacht, aber wenn er uns nicht anlügt. Dann haben wir nämlich ein Problem, beziehungsweise hast du dann ein Problem, Sean. Hey, da ist eine Waffe. Oh, neuer Revolver. Ja, vielleicht hätten wir ihn genauer befragen sollen. Wo, ne? Okay, das ist ein E-Fail. Danke. Okay. 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 Na ja, 20 Dollar oder sowas ist aber nicht die Welt, ehrlich gesagt. Wir haben für die eine Kutsche 25 Dollar bekommen. Oh, Rindfleisch, Käse. Geht doch nichts über Käse. Eine Welt ohne Käse. Das hätte man auch auf eine leisere Variante machen können, wenn sie ehrlich. Gut Freunde, dann ab zurück ins Lager und der Part ist dann auch zu Ende. Da ist das Lager. So, wir haben hier Mr. Pearson. Da haben wir Strauss wieder. Vielleicht haben wir wieder irgendwelche Schuldner zu verprügeln oder so. Ja. Gut, wie gesagt, wir gehen erstmal wieder zurück ins Camp. Beziehungsweise werden wir uns im nächsten Part dort sehen, Freunde. Weil der Part ist ja schon zu Ende. Moment, 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 Moment. Nein, 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 nein. Diese Herren, aber auch spät. Chaos. Gut, Freunde, wie gesagt, das war es wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Easy. Sie.